Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory und auch diesmal im Videoformat. Tja, mein heutiger Gast ist zweifellos ein Multitalent. Er ist Drehbuchautor, er ist Buchautor, er ist ein sehr vielbeschäftigter Hörspiel-Sprecher, ein Hörbuch-Sprecher, er ist Theaterschauspieler und einer der bekanntesten TV- und Filmschauspieler Deutschlands. Herzlich willkommen, Heiko Deutschmann. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Heiko, was gibt es bei dir morgens zum Frühstück? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Mehrere doppelte Espresso und eine Zigarette. Also Flüssignahrung ist bei dir angesagt. Es ist quasi Flüssignahrung, ja. Und du brauchst nichts, die man dementsprechend herzhaft ist. Ich brauche nichts Festes morgens, das geht frühestens ab 13 Uhr. Und ist es dann so, dass du auf Betriebstemperatur durch die Espresso und die Zigarette kommst? Also du brauchst dann auch nicht eine Stunde, bis du erstmal warm gelaufen bist? Ich habe tatsächlich noch nicht mal den Kaffee, das habe ich auch ausprobiert, es würde auch ein Glas Wasser reichen. Guck mal. Aber irgendwie, ja, ich brauche es morgens nicht. Finde ich bewundernswert. Bist du ein Natur, wie nennt man das, Intervallfaste? Wahrscheinlich. Ja, weil das ist, aber du, dir ist es eigentlich wurscht, du machst es einfach so. Ich habe das Intervall in mir. Sehr schön. Und wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um fit aus dem Bett springen zu können? Nicht zu viel. Was heißt? Also alles, glaube ich, was über fünf ist, fällt mir schwer. Also da beneide ich dich drum, weil alles, was du im Bett nicht verplämperst, hast du an Lebensqualität und an Lebenszeiten. Das heißt ja nicht, dass man die Sache dann oder die Zeit ausfüllt, aber das hat sich so ergeben über die Kinder letztendlich und darüber, dass wir da, weil wir ja beide freiberuflich waren und im Jahr sind, dass man dann doch relativ viel abends auch miteinander noch zu tun haben möchte. Und wenn die Kinder dann endlich im Bett sind, das ist nun vorbei, die Nummer, kann man ihnen nicht mehr sagen. Ja. Aber dann möchte man eben noch was vom Tag haben. Genau. Und so, glaube ich, haben wir uns das angewöhnt. Und wann ist so deine übliche Zeit? Die war natürlich, als du, also noch Full-Papa warst, jetzt sind die Kids ja aus dem Größten raus, deine Töchter sind ja schon erwachsen, der Sohnemann ist jetzt Teenager. Wann stießt du jetzt in der Regel auf? Also ist das bei dir schwankend? So sind wir sechs. Wow, das ist aber, das wäre mein Tod. Wäre mein Tod. Nee, jetzt im Sommer ist das wirklich wahnsinnig schön, das muss man, also gerade jetzt in den Tagen ist es wirklich fast ein Geschenk. Okay. Wenn man da rausguckt und denkt, das ist so gut und dann ist es auch noch frisch. Ja, klar, natürlich. Das heißt, du hast dieses unglaubliche Licht und es ist frisch und das ist letztendlich besser als jedes Frühstück. Geht aber auch gar nicht anders und deswegen habe ich mir dann die Gedanken drüber gemacht. Nun hast du gesagt, du brauchst morgens nichts, achtest du denn sonst generell auf eine bewusste, schrägstrich gesunde Ernährung? Natürlich mit den, finde ich, wichtigen auch Ausrutschern, den guilty pleasure, sonst würde das Leben ja gar keinen Sinn machen, wenn man nicht mal ein Gläschen Wein trinken kann und auch mal was Leckeres essen kann. Aber ist das dir wichtig, gerade weil du ja auch wirklich so viel, auch mit deiner Stimme arbeitest, immer full on point sein musst am Set? Da muss man, glaube ich, schon auch ein bisschen aufpassen. Ja, ich glaube, es sind zwei Sachen. Es ist einmal natürlich, dass man in dem Beruf anfängt, sich Gedanken darüber zu machen irgendwann relativ früh. Und dass man weiß, dass, ja, letztendlich jeder Überschwang am Abend morgens gebüßt werden muss. Auf der anderen Seite habe ich das Glück, von vier Kindern zwei vegetarische und ein veganes Kind zu haben. Das heißt, alles andere ließe sich zu Hause gar nicht machen. Also der Teenager, der nun dann 18 wird irgendwann, der kocht zwar für sich selber, der lebt vegan und da bin ich ihm sehr dankbar für, weil ich es durchaus teilweise für anstrengend halte, immer vegan zu kochen, weil ich, irgendwann fallen mir keine Zutaten mehr ein. Da ist er aber auch tatsächlich wesentlich besser als ich und wesentlich, dem fällt viel mehr ein, der kümmert sich natürlich auch mehr darum. Aber darf ich da nachdenken, also der wohnt noch bei euch und habt ihr sozusagen, also die Küche wird dann so mal aufgeteilt und dann möchtet er mal vegan walten und manchmal gibt es da auch wahrscheinlich Synergieeffekte, weil vegan hat ja auch super leckere Sachen. Also ich esse das auch manchmal. Absolut, ich esse auch gerne, was er kocht, wenn ich zwischendrin auch kochen darf. Und das, wie gesagt, funktioniert bei mir vegan nicht so gut, weil ich wahnsinnig gerne mit Milchprodukten koche. Gut, das ist natürlich No-Go für alle Veganer, schade. Also kochen ohne Butter für mich ganz schwierig, Butter für mich auch wichtiger als Kaffee. Ja, okay. Tatsächlich, wir haben, irgendwann mal haben wir so gescherzt und alle Kinder haben gesagt, ja du, ohne Kaffee geht gar nicht. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, dachte mir, nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, was ich wirklich nicht vermissen könnte, wäre Butter. Ist halt der Geschmacksträger. Es ist leider so, ich kann sie auch ohne was essen. Ich kann sie auch nur mit Käse essen. Ich kann sie immer essen. Herrlich. Nur nicht morgens um acht. Heiko, du hast gerade zwei aktuelle Filmprojekte, die wir sehen können. Einmal die ZDF-Drama, die Wendehammer, die auf der ZDF-Mediathek in der zweiten Staffel sehr erfolgreich läuft. Und da möchte ich heute nicht so gerne mit dir drüber reden, weil ich finde, natürlich hast du da die prägendere Rolle und es ist eine deutsche Produktion und Amazon Prime, da kann man auch ein bisschen drüber streiten. Aber es ist jetzt, finde ich, schon einfach eine ganz tolle Sache in so einer internationalen Big-Budget-Produktion, das Rad der Zeit mitzuwirken in der zweiten Staffel. Und das Ganze finde ich sehr faszinierend, weil das ist so eine Wow-Welt, die einen sehr an Herr der Ringe erinnert. Wenn man dort geflasht von den fantastischen Welten, von den düsteren Szenerien, von der Zauberkraft. Sehr schön beschrieben. Ja, ist also, weil es ist ja so. Und ich meine, du hast in einem anderen Podcast erzählt, dass du dir gar nicht die Mühe machen möchtest, zu versuchen, die Geschichte zu erklären, weil es zu kompliziert ist. Ich glaube, das sind in den deutschen 37 Büchern. Da braucht man ein Tutorial, um das überhaupt anzusehen. Also was man gut sagen kann, ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, es ist wie immer gut gegen böse. Und es ist tatsächlich eine matriarchale Welt. Das heißt, die Macht, und ich glaube tatsächlich, dass auch in der Serie der Bücher, dass das große Alleinstellungsmerkmal war und auch immer noch ist. Es ist eine matriarchale Welt und die Macht gehört den Frauen. Das ist ein absolut wichtiger Punkt, finde ich. Und das ist spannend. Das ist durchaus spannend. Aber hast du denn privat auch ein Herz für so Fantasy-Geschichten oder ist das gar nicht deins? Weil da gibt es ja so zwei Lager. Die einen sagen, ich liebe es und ich könnte es aufsaugen und die anderen sagen, oh nee, das ist mir zu abgedreht. Lass es raus. Ich habe zu viel Fantasie für Fantasy. Ich mag es nicht. Ja, okay. Also du hast auch Herr der Ringe nicht gelesen. Doch, ich habe gerade Herr der Ringe noch gelesen. Also richtig, auch beruflich jetzt eingesprochen, aber das nicht? Nein, nein, nein. Aber du hast das so privat gelesen. Irgendwann mit 17 Mal gelesen. Weil du hast ja ganz viele auch Hörbücher eingesprochen. Deswegen frage ich aber. Ja, ja, aber da ist tatsächlich, glaube ich, kaum ein bisschen Fantasy, aber nicht viel Fantasy dabei gewesen. Okay. Ich habe Herr der Ringe gelesen mit abnehmender Begeisterung, das muss ich zugeben. Das zieht sich dann auch ein bisschen. Das zieht sich ein bisschen. Ich habe, also wobei ich bei Herr der Ringe tatsächlich sowohl literarisch als auch über die Erfindung dieser Sprache immer noch finde, dass es durchaus eine Berechtigung hat und cool ist. Ansonsten tue ich mir einfach wahnsinnig schwer damit, wenn eine Parallelwelt erfunden wird, die eigentlich nach unseren Regeln läuft, aber die Regeln heißen alle anders und ich muss sie mir immer erst ersetzen und übersetzen. Ich weiß nicht, ich brauche fünf Folgen oder drei Bücher, um zu kapieren, dass es eigentlich ja eh nur um das geht, was wir kennen. Das stimmt. Ja, letztendlich. Und halt auch das ewige Gut gegen Böse. Gut, das ist nun mal die Urkraft, das ist das, was uns immer umtreibt, die Liebe, das Gute, das Böse. Das wäre tatsächlich nicht so mein Problem, weil da gibt es ja irgendwie tausend verschiedene Möglichkeiten, das zu erzählen. Mir geht es mehr darum, dass mir vorgegaukelt wird, es ist eine komplett fremde Welt, die aber letztendlich genauso funktioniert wie unsere. Absolut. Und dann frage ich mich tatsächlich manchmal, warum erzählen wir da nicht Geschichten aus unserer Welt? Ja, vor allem, weil die ja auch so vielschichtig und komplex sind. Aber ich glaube, die Menschen wollen halt gerade in diese Fantasiewelten auch eintauchen, weil unsere Welt ist nun mal manchmal zu rough und auch zu hart und zu real. Da möchte man lieber mal ein bisschen… Ja, es ist auch, das muss ich sagen, oder die Waldfeder geht es ordentlich, aber da werden keine Gefangenen gemacht. Aber gestatte mir eine, es ist ein bisschen, es ist sehr oberflächlich, aber ich war fasziniert von deinen Haaren. Das ist natürlich sicherlich nicht deine echten gewesen. Ich habe mich gefragt, wie lange hast du denn dafür in der Maske sitzen müssen, dass das so mega aussieht. Das ist ja also der Knaller. Das ist ja, man muss das erklären, so eine ganz lange Valamine nach hinten, aber auch ein bisschen Geflecht hinten drin, also so ein bisschen verknüpft, also ganz doll. Und das sieht wirklich aus, als ob es ein echtes Haar wäre. Es ist auch echtes Menschenhaar, grau, und es ist für alle, die es nicht gesehen haben, es geht bis zum Hintern. Es ist unglaublich. Diese Perücke haben wir gefunden, also wir hatten, ich glaube, drei Wochen Kostümen und Maskenproben und Kampfproben und Blatt. Die haben sie gefunden, die kostet 12.000 Euro. Boah, das mag ich. Vorsichtig sind sie damit umgegangen. Es ist wirklich eine wahnsinnig toll geknüpfte Perücke mit einem Ansatz, den man, also den selbst der Maskenbildner, wenn er es in der Hand hatte, nicht wirklich gesehen hat. Ich wollte sagen, man sieht es wirklich nicht. Das sieht aus, als ob, ich hatte gedacht, hat er jetzt wirklich da sich da drei Jahre vorgelegt haben? Das wäre jetzt natürlich Bullshit. Ich glaube, die würden gar nicht so lang wachsen. Vor allem nicht so schön glatt, wie sie da sind. Das stimmt. Und es hat Ewigkeiten gedauert, um die draufzukriegen und dann nochmal mindestens eine Dreiviertelstunde, um aus der Hand den Bart zu kleben, der zwar drunter ungefähr so wie jetzt auch war, aber ein bisschen kürzer, aber er hat ihn dann eben verlängert hier hoch und dann wirklich immer aus der Hand, was toll aussah, was wirklich toll aussah. Ich wollte sagen, das Endergebnis war all die Mühe und das Warten hat sich gelohnt. Hat auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war ein sehr netter australischer Kameramann, der glaube ich sogar auch schon, oder Neuseeländer war, der hat auch schon Herr der Ringe tatsächlich gemacht. Genau, okay, also warum mit Drittklassigen abgeben, wenn man die Besten haben kann? Ja, wenn man sie bekommt. Wenn man sie bekommt. Das ist jetzt auch ein böser Spruch, was heißt, ich finde, alle sind ja in ihrem Genre, also wenn sie sich da etablieren, sind die ja auch begabt und das ist Quatsch. Aber Herr der Ringe ist natürlich dann in dem Bereich die Königsklasse. Naja, die haben natürlich schon versucht, sozusagen im Ausmaß, in der Ausstattung, im Bildwert eben da dran zu kommen, denn das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr teure Produktion. Das sieht man ja auch in jedem Moment an. Ich habe jetzt nicht alles geguckt, weil es sind ja bislang zehn Folgen, wenn ich es richtig, also die zweite Staffel hat fünf Episoden, ich weiß nicht, ob die erste auch. Naja, acht sind es insgesamt dann. Ach guck mal, dann war die erste? Ah, okay. Dann ist es vielleicht noch nicht ganz komplett. Also in der zweiten, es sind bisher nur fünf abrufbar. Ja, es kommt immer Freitagabend, kommt eine neue. Wenn ich, wenn Wikipedia nicht lügt, dann ist es deine erste internationale Produktion. Ist das richtig oder hast du schon mal, nee, dann erklär bitte mal auf, was hast du schon mal gemacht in dem Bereich? Oh Gott, das ist in dem Bereich. Das ist jetzt gemein, wenn man so, ich bin ja auch nur Jahrzehnte schon. Nein, ich habe in England gedreht, ich habe tatsächlich, glaube ich, eine der wenigen englischen, rein englischen Pilcher-Verfilmungen gemacht. Okay, ja. Das waren zwei Teile, die hieß Coming Home. Okay. Eine tatsächlich Heimkehrer-Geschichte aus dem Weltkrieg. Und in der Zeit danach, natürlich geht es auch da um Liebe. Ich war jung und durfte noch lieben. Das ist aber auch so ein Thema, du darfst doch heute noch lieben, mein Lieber. Aber ich weiß, worauf du anspielst. Es ist, man wird dann irgendwie, sagt man, man ist nicht mehr so der Love Interest, egal ob männlich oder weiblich. Also wobei, ganz ehrlich, ich finde es auch okay. Hat man auch, glaube ich, keinen Bock mehr drauf. Nee, man muss auch nicht immer das Gleiche spielen. Charlotte, ich liebe dich. Ich kann jetzt auch gerne mal den Vater spielen, der dagegen ist. Das ist vielleicht im Zweifel sogar lustiger. Also das war so eine, im Übrigen eine Produktion, die ich sehr gerne mochte, wie ich sowieso Briten wahnsinnig gerne mag und auch deren Art zu spielen und deren Art sich mit dem Beruf auseinanderzusetzen. Das waren zweimal 90 Minuten, das war also relativ lang. Da habe ich sehr gerne gearbeitet. Ich habe eine europäische, tatsächlich europäische Koproduktion gemacht. Das hieß jetzt so, Gott, ich glaube es hieß 1884, 1864. Das war der Preußisch-Dänische Krieg. Und da spielte ich den Graf Moltke, der mit Bismarck zusammen sich ausgedacht hat, sie könnten doch jetzt mal ausprobieren, wie das mit der modernen Kriegshörung so ist. Und dann haben sie die Dänen dazu gekriegt, sie anzugreifen tatsächlich. Und das war tatsächlich historisch auch so. Aber also europäisch-international, aber ich glaube durch, das ist ja natürlich auch eine tolle Sache, die ja auch durch Netflix-Produktion oder Amazon Prime-Produktion kommt, auch dass sogar deutsche Produktionen international erfolgreich werden können. Das ist eine ganz, ganz große Chance. Und du bist jetzt ja wirklich in einer Big Budget, die ist ja, ich glaube, das ist eine Co-Produktion international, es sind ganz viele Geldgeber, auch US-Art. Ich glaube, das ist hauptsächlich amerikanisch. Amerikanisch, genau. Das ist schon nochmal jetzt bis zu global. Das ist jetzt wirklich eine globale Geschichte. Ich bin schon gespannt, ob irgendwann mal jemand anruft aus. Ich weiß nicht, wo, ich glaube nicht. Aber was du gesagt hast, ist natürlich wirklich eine ganz große Chance. Wir haben durch die Streamer die Möglichkeit, dass jeder andere auch sehen kann, was wir machen. Und das ist auf der einen Seite tatsächlich eine große Chance, auf der anderen Seite muss man auch aufpassen. Weil das, finde ich, kann man schon auch beobachten, auch bei Netflix, bei fast allen Streamern und allen Produktionen, dass es so eine Konfektionierung gibt plötzlich. Es muss alles aussehen wie Netflix, es muss alles aussehen wie Amazon, wie Disney, ich weiß nicht was, wie Apple. Und das ist schwierig. Absolut. Also, wenn wir das wiederum, weil wir jetzt so begeistert davon sind, dass wir überall gesehen werden können, so konfektionieren, dann bleibt von dem, was uns vielleicht ausmacht. Und im Übrigen alle anderen auch auf der Welt, die ja ihre eigenen Filme machen. Man darf den asiatisch, allein der asiatische Markt wird ja immer gerne unterschätzt, was da auch an Umsätzen generiert wird. Das ist Wahnsinn. Harter Cut, mein Lieber, was wolltest du denn als kleiner Junge werden? Also sicherlich hat man auch schon, ich kann mir vorstellen, du hattest auch schon als junger Mensch mal so Impulse, dass du Schauspieler werden willst. Aber gab es irgendwas anderes noch völlig aus der Reihe, was du mal so als Sechsjähriger, Siebenjähriger machen wolltest, als du klein warst? Ja, ich wollte tatsächlich Dirigent werden. Und ich glaube einfach nur, weil ich es total cool fand, dass da immer jemand vorne steht, der in meinen sechsjährigen Augen nichts können musste, außer rumfuchteln. Und dann spielen die 120 Leute, machen geile Musik. Das fand ich super. Ehrlich, ja. Und ich dachte mir, ich habe relativ viel Musik gemacht und habe dann auch irgendwann verstanden, dass etwas mehr dazu gehört, fuchteln zu können. Aber ich fand, das war so ein wahnsinnig stolzes Bild und dachte mir, so möchte ich mal enden. Ich glaube, es ist gut für die ganze Musikwelt, dass es so nicht gekommen ist. Ja, wobei du ja immerhin auch Cello gelernt hast. Ja, stimmt. Und auch Klavier. Klavier auch noch, also zwei Instrumente. Und ich glaube, so schlecht warst du gar nicht. Boah, das ist, die einen sagen so, die anderen sagen so, frag meine Lehrer. Die haben immer gesagt, das geht gar nicht. Jetzt reiß dich mal zusammen. Nein, ich war sicherlich eine Zeit lang zumindest nicht unbegabt. Das ist aber tatsächlich, wie ich selber gemerkt habe, an mir auch etwas, was fast fluide ist. Also du kannst, ich war sehr früh, glaube ich, wirklich sehr begabt musikalisch. Und das ist nicht wirklich geblieben. Und mein Musikverständnis, um es selber zu machen, ist auch tatsächlich, glaube ich, so über die klassische Moderne nie rausgekommen. Also bei Bartok ist Schluss. Das verstehe ich noch. Und danach wird es echt schwierig. Und da wäre ich aufgeschmissen. Aber jetzt ganz direkt und etwas gemeingefragt, würdest du sagen, dass deine Eltern da auch fordernd waren? Sie wollten dich fördern, aber auch ein bisschen was aus dir herausholen. Weil ich glaube, die wenigsten Kinder wollen ja Klavier und Cello lernen. Es sei denn, sie sind wirklich so musikalisch. Es war bei mir tatsächlich so, ich habe mit vier gesagt, ich will Klavier. Also das kam aus dir. Da musste man den Spuhl noch ganz hoch kurbeln, weil… Genau, das war so ein bisschen Kill, right? Nee, ich wollte unbedingt Klavier lernen. Nur muss man dazu sagen, meine Mutter spielte Klavier. Es gab bei uns zu Hause ein Klavier. Deswegen, das ist natürlich der Hintergrund von mir. Ach, das Kind muss doch gefördert werden. Ja, das weiß ich gar nicht, ob sie das so sehr bewogen hat. Sie selber spielte wahnsinnig gerne Klavier. Und es gab eben ein Klavier im Haus. Das heißt, das macht die Sache schon sehr niederschwellig. Ja, also du gehst vorbei und die Mutter sagt, kannst du nicht mehr… Und irgendwann habe ich, ich weiß wirklich nicht mehr warum, aber ich habe irgendwas gehört und habe gesagt, das will ich auch spielen können. Habe auch versucht, das dann irgendwie mir rauszufuseln, wie das geht. Und dann habe ich Unterricht bekommen. Und das hat dann eben in den ersten Jahren wirklich sehr, sehr gut geklappt. Da mussten meine Eltern auch gar nicht drängen. Also das war am Anfang, glaube ich, wirklich ein Wunsch von mir. Der ebenso rätselhaft, wie er kam, sich auch wieder verabschiedete. Aber wie das bei Kindern auch dann ist, die sind natürlich dann schnell auch von anderen spannenden Impulsen des Lebens verlockt und entdecken neue Spiele. Ja, und meine Eltern haben dann allerdings tatsächlich gut, aber das ist dann wahrscheinlich auch der Job von Eltern, mache ich auch, muss ich zugeben, bis zu einem gewissen Punkt gesagt, nee, komm, mach mal ruhig noch weiter. Ja, das ist schön, wenn du spielst, das ist, ne, und du wirst es nie missen wollen später. Und da haben sie natürlich recht gehabt. Ich habe dann irgendwann aufgehört, aber ich habe nach einer Zeit aufgehört, wo alles das, was ich mal gelernt habe, nicht wieder ganz verschwindet. Ich meine, wenn ich mich jetzt am Klavier setzen würde, wäre ich natürlich ein Idiot, aber es würde nicht lange dauern. Ich wollte sagen, das ist so wie, also so ganz verlernt man das, glaube ich, nie. Genauso wie Schwimmen und Radfahren, das ist dann in dir drin. Genau, vor allem, wenn du so früh anfängst, glaube ich, man hat einfach dann eine gewisse Vorstellung. Ich habe eher das Problem, dass meine Vorstellung davon, wie man es können sollte, mich abhält, es weiter zu tun. Du hast einen zu hohen Anspruch an dich selbst. Genau, einen zu hohen Anspruch an mich selbst, das ist nie gut. Wie haben dich deine Eltern generell geprägt? Was haben sie dir so mitgegeben? Die Älteste, frag 100 Leute, jeder sagt dir was anderes und die einen sagen, es war alles super so. Natürlich gibt es auch immer Fassen, wo man sagt, Mama, Papa, bitte geht mir nicht, ich möchte auf die Nerven, ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Also es gibt da ja ganze Vorlagen, auch für Filme, für Bücher, für Romane. Ja, das ist ehrlich, man kann tausend Seiten unterscheiden. Tochter, Mutter, Vater, Sohn, Familienverflechtung, wie war es bei dir? Was haben deine Eltern dir mitgegeben, wie haben sich geprägt? Also was sie mir sicherlich mitgegeben haben, ist, dass ich in meinem Leben nichts tun sollte, also vor allem beruflich nichts tun sollte, was ich nicht wirklich liebe. Also ich hatte einen Vater, der ein unglaublich vernarrter Arzt war, ein wahnsinnig guter Arzt war. Aber eigentlich war die Klinik sein Zuhause und seine Familie, er war wirklich relativ selten anwesend, wenn dann waren es am Sonntag und auch dann, Handys gab es ja noch nicht. Nee, aber dann hat er irgendwelche Fachmagazine wahrscheinlich gelesen, sich weiterhin versorgen, was ging das Telefon und er war schon wieder drin und hat schon wieder operiert. Ja, es ist natürlich zweischneidig, weil einerseits ist es mega schön, wenn man seinen Job liebt, aber wenn natürlich dann die Familie so ein bisschen hinten ansteht, ist es ja dann wieder schade. Und trotzdem merkst du dann natürlich als Kind, dass ihn etwas inspiriert oder dass ihn etwas hält an dem Beruf, was er nicht loslassen kann. Und das ist schon auch ein Vorteil, auch wenn das so tatsächlich bei uns nie zum Gespräch kam, ganz im Gegenteil. Meine Eltern waren wirklich nicht begeistert, als ich gesagt habe, ich finde es doch jetzt einfach naheliegend, dass ich Schauspieler werde. Warum? Natürlich nicht, wir sind beides Ärzte gewesen, mein Vater ist schon lange tot, meine Mutter lebt zum Glück noch, also war Ärztin, ist 92, 91. Das ist ja auch ein tolles, also gesegnendes Alter. Meine Schwiegermama wird nächstes Jahr 89 auch schon und die ist auch noch fit, also Wahnsinn reißt noch. Das ist super, das ist wirklich ein großes Glück auch natürlich. Auch die war letztendlich oder ist immer noch jemand, die sehr an dem hängt, was sie tut und die sich sehr interessiert für die Dinge, die sie tut. Und das überträgt sich, glaube ich, auf Kinder. Das ist eine Grundeinstellung, die manchmal auch zum Fluch werden kann, das muss man auch sagen. Aber da können die nichts dafür. Also das würde ich ihnen zumindest nicht auf die Rechnung schreiben. Nein, aber das finde ich auch was Wunderbares. Also das, was du jetzt sagst, ist ja eigentlich das Beste, was Eltern einem mitgeben können, so ein Bewusstsein. Weil also es gibt so viele Menschen, die hassen das, was sie tun und kommen aus dieser Falle nicht mehr raus, haben ihre finanziellen Verpflichtungen. Absolut. Jetzt sind sie schön und müssen das dann durchziehen. Weil eben mal studieren neu ist halt schwierig mit zwei Kindern und irgendwie Mieten zahlen und also das ist halt blöd. Absolut. Oder auf der anderen Seite eben, wenn es unbedingt sein muss, dann muss man eben auch in den sauren Apfel beißen und sagen, ich mache das jetzt. Aber auch das, also auch sozusagen dadurch, dass wir relativ viel umgezogen sind oder so wahnsinnig häufig war es nicht, aber es war, sagen wir mal, in meiner Entwicklung immer in ziemlich prekären Punkten, dass wir umgezogen sind. Wir sind von Innsbruck nach Berlin gezogen, von Berlin dann nach Graz, in Graz auch nochmal umgezogen. Und Berlin war immer in deinem Herzen, du wolltest dann wieder zurück und dann dachte, was soll ich hier auf ein Dorf? Ja, das Dorf wäre ja schön gewesen. Also Graz in den Anfang der 70er Jahre war, weiß ich nicht, 200 Jahre zurück. Das war wirklich ein… Es war eine Zeitreise. Es war eine absolute Zeitreise. Wie kam ich jetzt da drauf? Achso, das, nee, ich weiß es nicht mehr. Doch, dass du sagst, dass du häufig umziehen musstest, manchmal zu unpassenden Momenten, also ich weiß gar nicht mehr. Aber ich wollte erzählen, was das mit mir gemacht hat und das habe ich vergessen. Egal, dann vielleicht fällt es in der Regel. War es wahrscheinlich nicht so schlimm. Meine Mutter würde jetzt sagen, dann war es nicht so wichtig. Aber muss ich mich auch jetzt selbst tadeln, hätte ich natürlich jetzt, ich habe dir zugehört, aber da habe ich jetzt auch gerade nicht den Kausal. Guck mal, man braucht noch ein bisschen ein paar Labern und dann fällt es einem wieder ein. Nein, was ich meinte war, dass man dadurch natürlich eben auch lernt, sich in neuen Situationen zu adaptieren. Und dass das, das war dein Beispiel, wenn man jetzt sagt, mit zwei Kindern, man muss dringend nochmal studieren, dann sollte man das gefälligst auch tun und dann sollte man das auch wirklich annehmen. Auch wenn es aus der Komfortzone komplett raustreten bedeutet und du musst eben dann auch wirklich, auch wie ein blöder Arbeiten, du musst einen Job noch annehmen, um das überhaupt zu stemmen. Aber du lernst natürlich durch solche Schritte und wie gesagt, mein Vater ist ja dann eben, immer wenn wir umgezogen sind, auch wieder neu an ein Krankenhaus gekommen, hat da wieder was aufgebaut, ist dann weg, um was anderes aufzubauen. Und so, du lernst, dass es eigentlich immer vorwärts geht und dass man durch so eine Entscheidung sich nicht aus der Welt entscheidet, sondern es ist vielleicht eine andere Welt. Und wenn man wirklich der Meinung ist, dass man das will, dann sollte man das tun. Und es gibt häufig auch mehr Lösungen, als einem vielleicht auf den ersten Moment sich einem erschließt. Also man ist häufig so frustriert und denkt, oh Gott, das kann ja nie was werden. Aber wenn man versucht, sich locker machen, ist dann so ein Dahin gesprochen, weil viele haben natürlich dann diesen Druck und Stress und sagen, oh Gott, mein Leben stellt sich auf den Kopf. Aber es gibt für alles oder für fast alles eine Lösung, es sei denn, du hast eine tödliche Krankheit, da gibt es leider keine Lösung für. Das ist dann wirklich Schicksalsschlag und ein anderes Thema. Aber das hat man sich ja auch nicht selber ausgesucht. Ich wollte sagen, das ist dann auch… Aber ich würde auch nicht sagen, locker machen, ich würde sagen, man muss sich bewegen. Und ich glaube, dass Ziele oft erst mit der Bewegung kommen. Also man weiß schon ungefähr, in welche Himmelsrichtung man geht. Schöner Satz, finde ich. Schöne Lebensweisheit. Ja, man muss sich bewegen, sonst wird man die Ziele nicht sehen, ob man sie dann erreicht ist. Das Leben ist Bewegung, das ist Veränderung. Würdest du sagen, dass du dich relativ schnell angenommen hast, so wie du bist? Weil ich glaube, gerade wenn man in einem kreativen Beruf arbeitet, wenn man Schauspieler wird, dann ist man ja extrem auch durchlässig. Man hadert auch an sich, mit sich. Man ist sehr selbstkritisch, wie du schon sagst, auch mit dem Instrumentenspielen. Hat das lang gedauert oder bist du schon länger in der Lage zu sagen, doch, also ich mag mich… Wer sagt dir, dass es schon abgeschlossen ist? Du, das kann ja sein, deswegen frage ich dich ja das. Nee, das ist eine schwierige Sache. Das ist eine schwierige Sache, dass Älterwerden hilft, extrem. Wir haben ja in dem Beruf das Problem, dass es eigentlich zwei Bilder gibt. Es gibt das Selbstbild und das Fremdbild. Mit dem Fremdbild verdient man Geld und selbst wenn es einem nicht passt, ist es im Zweifel ab und an gut bezahlt. Darüber sollte man sich auch nicht beklagen. Alleine das zu kapieren, hat mich, naja, 10 bis 15 Jahre gekostet. Und das Selbstbild, für das man selber verantwortlich ist, das zu verändern, ist noch viel schwieriger als das Fremdbild letztendlich, weil es ja immer überlagert wird von der Wirkung, die man nach außen hat. Und man arbeitet ja immer mit der Wirkung auch. Das heißt, es mischt sich dann so. Und ich kenne viele und ich kann auch nicht behaupten, dass es mir nicht schon auch passiert wäre, dass man sich dann hinter dem Fremdbild versteckt, um sich selbst nicht entwickeln zu müssen, sozusagen. Das geht nicht lange gut oder ging bei mir nicht lange gut. Aber wie gesagt, jetzt, wo ich langsam hochbetagt bin… Ach, Heiko, jetzt krokettierst du aber nicht. Ja, nein, nein. Genau, doch, ich bin in Österreich. Nein, nein, aber du weißt ja, also das, und wenn ich höre, dass deine Mama 92 ist, also ich glaube, dann hast du noch so viele Jahrzehnte vor dir, ne, und pass mal auf… Nee, die hat nicht so viel geraucht wie ich. Naja, sehr gut. Aber wie auch immer… Solltest du vielleicht das mal überdenken, mein Lieber. Ja, das… Kommst du nicht zu deinem Guilty Pleasure? Genau, genau, dann kann ich ja nicht mehr frühstücken. Das wäre ja schrecklich. Nein, ich glaube tatsächlich, dass, wenn man so lange im Beruf ist und wenn man dann auch tatsächlich so viele, wenn man mal Interessen hat, wie ich immer hatte, wahrscheinlich auch aus einer Rastlosigkeit raus oder weil ich sonst ganz, ich bin auch ganz schnell gelangweilt von Dingen, damit hat das sicherlich auch was zu tun, dann sind das wieder so Fluchtbewegungen, die muss man… Das gehört ja alles zum Selbstbild dazu, ne, wie man das in die Hand kriegt und da hilft einem natürlich, wenn man so lange in dem Beruf ist oder so lange am Leben ist auch schon, weil man nicht mehr alles erreichen muss. Das stimmt. Und es zeigt sich auch da merkwürdigerweise, in dem Moment, wo man es nicht mehr erreichen muss, ist es manchmal da. Ja, manchmal bekommt man aber auch dann die Dinge, die man sich lange gewünscht hat, die bekommt man dann, wenn man sie eigentlich gar nicht mehr möchte, ne? Das ist ja genau das Neue, weil es ist auch das Leben, finde ich. Man freut sich darüber, aber man denkt, aber so richtig ganz doll dran war ich jetzt nicht mehr. Ne, genau. Und also man freut sich schon, aber wahrscheinlich wäre man dann auch irgendwie vor 30 Jahren irgendwie hätte man Salto rückwärts gedreht und jetzt ist man einfach ein bisschen geerdeter und findet es toll, aber nicht mehr so wie… Ne, aber das Verrückte ist natürlich, dass man vor 30 Jahren alles dran gesetzt hat, es zu erreichen und halb wahnsinnig geworden ist, depressiv geworden ist, darüber, dass man es nicht kriegt. Ja. Natürlich alle anderen schuldig gemacht hat dafür, allen anderen die Schuld gegeben hat dafür. Und plötzlich bekommt man es und weiß gar nicht… Und dann denkt man, ach guck mal, das ist jetzt aber auch cool. So eigentlich, ich habe mich gar nicht angestrengt. Also wenn, ich was auch faszinierend finde am Älterwerden ist so, dass einem immer bewusster wird, wie wenig planbar das Leben ist. Also natürlich können wir viele Dinge in Wege und Kanäle leiten, versuchen das so ein bisschen zu bewegen, aber eigentlich schlägt uns das Leben ja immer wieder mal eine lange Nase und sagt, das dachtest du, ne? Dachtest du, aber nee, nee, nix dann. Genau. Noch, versuch es nochmal anders, ne? Wann hast du denn es auch geschafft, dich mit der Unsicherheit deines Berufs zu arrangieren? Weil das muss man auch immer wieder sagen, wenn du nicht eine, sagen wir mal, eine Jahresangabe Genre an einer dollen Theaterbühne in Deutschland, dann bist du einfach Freelancer und du weißt nie, wie oft das Dedefunk klingelt, wie viele Drehbücher du kriegst. Das ist, glaube ich, wenn man jung ist, ist das noch so part of the game, da kann man wahrscheinlich auch noch sich besser drauf einstellen, weil irgendwann, wenn man älter, wird man informiert. Ist das auch eine Belastung? Absolut. Wie bist du damit umgegangen die vielen Jahre? Ganz einfach, also weg ist das erst, seitdem drei von vier Kindern aus dem Haus sind und selber leben können. Wirklich. Das ist auch, also ich erachte es prinzipiell als großes Glück, dass ich von meinem Beruf, so wie ich gelebt habe, überhaupt leben konnte mit letztendlich vier Kindern aus zwei Beziehungen. Das ist nicht selbstverständlich und es gibt so viele, auch wirklich gute Kolleginnen und Kollegen, die das nicht können, die nebenher, was weiß ich, was Taxi fahren müssen oder also tausend andere Sachen machen müssen, weil sie das nicht können, dass ich da schon riesiges Glück gehabt habe. Und trotzdem sind die existenziellen Ängste immer da, auch wenn man Glück hat. Und natürlich gab es auch, das will ich nie vergessen, als ich angefangen habe zu drehen, was relativ spät war, weil ich ja lange am Theater war, tatsächlich, da sind natürlich die existenziellen Ängste nicht so da, weil man ja tatsächlich monatlich bezahlt wird. Und das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber man weiß, es einzuteilen und man kann sich dann Zeit anbauen, das geht alles. Als ich dann angefangen habe zu drehen, ging das am Anfang ganz gut und relativ erfolgreich. Das war auch wirklich die goldene Zeit, also wo halt alle produziert haben und man wirklich viel arbeiten konnte, wenn man nicht ganz doof war. Und naja, wirklich. Und dann weiß ich, dann gab es plötzlich ein Jahr, da habe ich überhaupt gar nichts gearbeitet. Und dann stehst du da natürlich, also da war ich dann Mitte 30 oder so, hatte schon zwei Kinder und dachte mir, und jetzt? Aber ich glaube, das war doch sicherlich auch so ein erster Impuls, dass du dich dann auch auf anderen kreativen Feldern ausprobiert hast. Weil nochmal, du schreibst ja auch Drehbücher heute, du bist halt auch Sprecher, du machst sehr viel über Hörbuch und Hörspielproduktion. Du warst sogar eine Zeit lang auch mal Produzent, das ist jetzt schon etwas vorbei, aber das hast du mal, ne? Bist du immer noch mal hier und aber, ne? Ich würde nie sagen, dass ich Produzent bin, ich kann zwei und zwei nicht zusammenzählen. Aber du hast dich auf anderen Spielfeldern. Ja, das ist richtig, wobei ganz viele dieser Interessen, die ich habe und hatte, hatte und habe, tatsächlich da waren schon. und mir natürlich so ein Jahr, in dem dann gar nichts kam, die Zeit gegeben hat, auch mich damit zu beschäftigen. Und im Übrigen auch die Ernsthaftigkeit zu sagen, okay, wenn jetzt überhaupt nichts mehr passiert, kann ja sein, dass ich irgendwie, keine Ahnung, einfach rauskriege aus der Zentrifuge. Was machst du denn dann? Was interessiert dich wirklich? Was, wo könnt, wo siehst du dich? Wo, ne? So, und nachdem das Erzählen sehr lange schon etwas war, was mich interessiert hat, ging es dann Richtung Drehbuchschreiben, weil ich immer noch dachte, dass das sozusagen etwas ist, was man auch mit dem Schauspielerberuf natürlich ganz gut kombinieren kann. Ja, natürlich, das ist ja eine Welt. Natürlich sind es völlig verschiedene Arten der kreativen Arbeit, das kann man nicht vergleichen, aber es ist aus einem Universum zumindest. Ja, genau. Du hast jetzt nicht nochmal Arzt studiert. Nee, das wäre auch echt ganz schön lang gewesen dann. Glaube ich ja. Wäre ich jetzt wahrscheinlich gerade fertig. Aber ich, also ich habe ja schon mit sehr vielen Schauspielerinnen und Schauspielern gesprochen und ich höre immer wieder, das ist einfach eine Beruf, es ist nicht nur ein Beruf, es ist eine Berufung. Es ist einfach so viel wert, auch die ganze Entbehrung, aber magst du mir mal erzählen, was dich ein wenig nervt an diesem Beruf? Also ich glaube, du könntest jetzt aus dem Stehgreif mir 20 Sachen erzählen, warum du immer wieder das gerne machst, aber es gibt ja auch, abgesehen von diesem Freelancer-Druck, den man hat, was gibt es da noch, was dich manchmal auch stört? Naja, dieser Freelancer-Druck ist ja letztendlich ein kleines Zeichen für ein großes Problem in dem Beruf, das wird sich nie ändern lassen, das hören junge Menschen ungerne, auch ich habe das ungerne gehört, das hat mir sicherlich irgendwann mal jemand gesagt, ich habe sofort verdrängt und vergessen, das war mir wahrscheinlich auch nicht so wichtig, als ich klein war. Das ist die, dass man nicht selbstbestimmt ist. Du bist als Schauspieler immer weisungsgebunden. Das hat seine Berechtigung, denn es ist ein Teamwork und man muss mit anderen zusammenarbeiten, aber du bist letztendlich, ich meine, du kannst dich natürlich auf die Bühne stellen und es so schlecht spielen, dass es sich keiner anguckt, das ist aber dann eine Verweigerung, die dich selbst umbringt, weil dann wirst du dort nicht mehr spielen. Das heißt, letztendlich musst du spielen, was für gut befunden wird, sowohl inhaltlich als auch künstlerisch, also in der Umsetzung und das empfinde ich oder empfand ich, das hat dann auch mit, glaube ich, mit Lebensaltern zu tun, ab so einem bestimmten Punkt, ab 40, 45 durchaus schwierig, denn ich lasse mir wahnsinnig ungerne immer alles vorschreiben. Nicht, dass ich denken würde, ich könnte es besser, oder ich wüsste es besser, aber wenn man tatsächlich, naja, das ist auch so lustig, früher habe ich immer gedacht, boah, ich würde wahnsinnig gerne mal was dazu sagen und man hat mich nie gelassen. Jetzt bin ich so alt, dass teilweise die jungen Regisseurinnen und Regisseure dann kommen und sagen, sag mal, wie findest du das? Ich denke mir, das hättest du mich ja vor 30 Jahren fragen können, wenn wir gleich alt gewesen. Hätten wir wahrscheinlich den gleichen Geschmack gehabt. Also, das ist das, was ich meine, du bist letztendlich, das ist jetzt eine böse Beschreibung, die ich nicht ganz so meine, aber bist du eben Material. Und das auszuhalten, da hat jeder seine eigenen Mechanismen, aber das ist schwierig. Dann gibt es die Leute, die das mit einem vielleicht übersteigerten Selbstbild wettmachen, dann gibt es die Leute, die sich um andere Dinge kümmern, für andere Dinge interessieren und dann natürlich auch langsam davon wegkommen oder versuchen, das eben so, wie ich das versucht habe mit der Drehbuchschreiberei zu kombinieren, indem ich, wenn ich eben schreibe, zumindest bis es dann um die Finanzierung geht, erstmal mein eigener Herr bin. Das ist, finde ich, auch was ganz Wunderbares. Also, wobei natürlich, ich bin jetzt mal so als Beispiel eine One-Man-Show, klar, jetzt arbeite ich mit Funke zusammen, aber ich war viele Jahre wirklich Freelancer, Redakteur. Natürlich ist man da im gewissen Sinne auch weisungsgebunden, weil du bist abhängig auch wieder von den Auftraggebern. Also, du kannst nicht sagen, ich bin so autark, dass wenn ich nicht Auftraggeber habe, die das Produkt abnehmen, hast du ein Problem. Insofern, aber trotzdem ist es schon mal schön, dass du halt als eigene One-Man-Show nicht mehr dann noch ein Chefredakteur vor dir hast. Ich habe halt auch jahrelang in Redaktionen gearbeitet und das ist schon mal was wert. Naja, und du kannst eben zumindest probieren, wenn das, was du probiert hast, dann ankommt. Und die Leute wollen das nicht sehen oder wollen das nicht lesen oder wollen das nicht hören. Gut, dann muss man was anderes machen. Muss man justieren. Das ist verständlich, aber es ist nicht so, dass morgen schon jemand kommt und sagt, du machst das so und der andere sagt, du machst das so und das kann man ja gar nicht zusammenschneiden. Das geht ja, was sieht der denn wieder aus? Wie gehst du mit Fehlschlägen und Enttäuschung um? Und damit meine ich jetzt gar nicht nur in beruflicher Natur. Wir kennen das ja alle. Es gibt Dinge, die man auch privat sich wünscht, an denen man arbeitet, auf die man hinarbeitet. Kannst du jetzt so ganz universell versuchen zu beantworten? Weil jeder reagiert ja anders auf wirklich schlechte Nachrichten, auf böse Enttäuschung, die einen vergraben, sich die anderen reden. Wie gehst du damit um? Ich glaube, ich habe da kein wirklich gutes Mittel, aber es hilft mir, aber für die anderen ist das schwierig. Ich gehöre zu denen, die sich vergraben, die stumm werden, die lange an so einem Kloß schlucken. Das ist sehr unangenehm für die mir nächsten, liebsten Menschen, das weiß ich. Ich versuche es auch zu ändern tatsächlich, aber manchmal in wirklich schweren Situationen, die es ja in den unterschiedlichsten Ausprägungen gibt, ist es mir manchmal tatsächlich nicht gegeben. Ja, also ich erkenne mich da, wobei ich das auch inzwischen gelernt habe. Da muss ich auch meinem Mann großen Dankeschön raus senden, weil der provoziert mich da. Also manchmal denke ich auch, das nervt mich jetzt und das macht mich in dem Moment auch wütend, aber im Nachhinein bin ich dann doch froh, dass er meine Schale durchbrochen hat und dass ich mich dann ihm anvertraue und ich auch mit ihm reden kann und dann hilft das auch. Aber es ist erst mal so eine Grumpy-Phase, wo ich mich auch einbuddel und erst mal, und wenn es auch mal, dass ich mal heule oder wütend bin und auch mal schreie im Auto und sage, Mist, so ein blödes Universum. Genau. Also da sind wir wahrscheinlich relativ ähnlich. Aber das wäre das Zweite gewesen, was ich gesagt hätte. Die Familie ist dann natürlich, wenn man das mal überstanden hat, also wenn man mal sozusagen aus dem ganz Tiefen Tief raus ist, immer eine großartige Hilfe. Und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich so tolle Menschen um mich bis zum Jüngsten. Das ist eine große Stütze. Stichwort. Die sagen auch manchmal, hier komm, du kannst jetzt mal wieder reden, was ist denn eigentlich was mit dir? Ja. Aber das sind die eigenen Kinder, die man ja jetzt sowieso nicht mehr so häufig sieht, weil sie ja aus dem Haus sind. Wenn die das dann schon sagen, dann merke ich, nicht gut. Aber Stichwort Familie und Nachwuchs. Du hast ja zwei Töchter, die in deine Fußstapfen treten. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine bunte Frage, aber ich finde das so charmant, weil du hast gesagt, dass deine Eltern erst mal ein bisschen schlucken mussten, mit deiner Entscheidung, Schauspieler zu werden. Und bist du ja selbst da, aber du hast ja gezeigt, wie toll das sein kann. War es denn trotzdem im Moment, dass du da auch so eine Ambivalenz hattest und dachtest, einerseits freut mich das und ich finde das toll, aber manchmal denke ich auch, Mensch, Kinder, das überlegt euch das. Und gab es da auch tatsächlich nochmal Gespräche, wo du sagst, ich kann euch nur unterstützen, aber ihr müsst wissen, Papa hat es am eigenen Leib erfahren. Das ist auch manchmal ganz schön hart und ein ganz schön hartes Brot. Das musste ich nicht tun, weil sie ja mit uns immer in diesem Beruf aufgewachsen sind. Das heißt, die haben ja mitgekriegt, wie das ist, wenn Dinge, die zugesagt sind, plötzlich nicht funktionieren. Wenn man, ja, gerade kein Geld hat. Wenn man ganz lange weg ist. Und wenn man so will, ist vielleicht der einzige Fehler, den ich aber keinen Fehler finde, den wir gemacht haben, dass wir immer, weil wir natürlich immer unterwegs waren, versucht haben, den Kindern klarzumachen, wir lieben diesen Beruf so, dass wir eben auch weg sein müssen, weil er uns so anders hinführt und trotzdem versuchen natürlich viel da zu sein. Also ihnen die Liebe zu diesem Beruf immer vorgelebt haben. Das macht es dann natürlich auch schwierig, kritisch drüber nachzudenken. Klar, man ist dann da nicht ganz objektiv. Aber sie sind natürlich mit einer großen Vorbildung aufgewachsen. Und als die dann gesagt haben, sie wollen es machen, da denkt man natürlich als erstes, oh ne, guck, wie langweilig wäre es. Weiß ich nicht, was ein Biologe wäre einfach. Eine Biologin wäre einfach viel cooler, weil das kenne ich nicht. Die könnte mir was erzählen. Stimmt, stimmt. Wenn es jetzt eine Kollegin ist, ist es natürlich super. Und ich freue mich über beide, weil sie das beide sehr, sehr toll machen. Aber ich musste sie nicht warnen. Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Und trotzdem gibt es dann immer wieder, aber das gibt es ja bei mir auch, das gibt es bei meiner Frau, das gibt es bei allen Menschen in dem Beruf, immer wieder Phasen, Rückschläge oder so, wo man dann, und das ist aber eben auch besonders schön, dann darüber auch reden kann. Ich wollte sagen, dann sind ja die Eltern dann die besten Anlaufstelle. Wenn es gut läuft, ja. Da bin ich ganz froh, dass sie da noch ein bisschen Vertrauen in mich haben. Lieber Heiko, ich habe ja schon gesagt, du schreibst gerne und eben nicht nur Drehbücher, sondern auch Essays, Kurzgeschichten. Du hast einen Briefroman geschrieben in Form von fiktiven, ja eines fiktiven Briefwechsels gemeinsam mit deiner Co-Autorne. Und Anna von Kanal oder? Anna von Kanal. Anna von Kanal, genau. Was fordert dich am meisten heraus, kreativ? Also es sind ja wirklich ganz verschiedene Arten des Schreibens. Wo sagst du, das ist, was mich ganz besonders anmacht, in Anführungsstrichen? Also wo ich sicherlich am meisten zu Hause bin, wenn es ums Schreiben geht, dann ist das in dem, was man im weitesten Sinne Belletristik nennt. Also das literarische Erzählen. Die ist natürlich wirklich königlich, also ganz, ganz, ganz schwere Kunst. Also hohe Kunst finde ich schon toll. Ja, aber das ist das, womit ich mich am liebsten beschäftige und womit ich mich auch immer mehr beschäftige. Zu Ungunsten anderer Dinge, die ich dann nicht schreibe. Also Drehbücher zu schreiben zum Beispiel ist nicht mehr mein vordringlichstes Ziel. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber die liegen unter anderem auch im Schreiben, weil das Drehbuchschreiben ist ein wahnsinnig technisches Schreiben. Das ist im Prinzip sowas wie das Verfertigen einer Gebrauchsanleitung. Das ist die Gebrauchsanleitung von der Produktion. Genau. Da steht ja auch immer so und dann, hm, du musst alles noch erklären in Klammern. Genau, ja, und dann hast du wieder zu viel erklärt, dann reden wieder alle. Also wie auch immer, das ist was sehr Spannendes und solange man tatsächlich seine eigenen Stoffe versuchen darf zu erzählen in einem Drehbuch, kann das großen Spaß machen. Der Spaß endet dann meistens bei der Finanzierung und beim Verkauf eben. Ich habe aber gemerkt, das habe ich Anne im Übrigen zu verdanken, dass mir eben das literarische Erzählen viel, viel wichtiger ist. Witzigerweise habe ich auch wirklich als relativ junger Mensch damit angefangen und das dann irgendwann mal aus dem Auge, aus den Augen verloren, kann man gar nicht sagen, aber zurückgestellt, weil ich schlicht die Zeit nicht hatte und die Kraft nicht hatte. Also das ist eine ganz andere Art zu leben, es ist ein ganz anderer Rhythmus, es ist ein ganz anderer Atem, es ist auch eine ganz andere Anstrengung tatsächlich, die mich aber viel mehr interessiert. Und also jeder Satz, der da rauskommt, den jemand sehen wird oder mal jemand sehen wird, ist ja egal, ist mir dann sehr viel wert tatsächlich. Aber wenn es jetzt, ich nehme es nicht an, aber mit der Schauspielerei schwieriger wird, würdest du dann sagen, dass du dann auch glücklich bist mit deinem Hörbuch und Hörspielproduktion, weil da arbeitest du ja auch ganz toll mit deiner Schriftung, du bist da extrem erfolgreich, sehr beschäftigt. Oder wäre das Schreiben der Wichtiger? Das ist immer so eine gemeine Frage, wenn man sich für einen Darling dann entscheiden muss, weil Zeit ist ja auch nur begrenzt. Ja. Also wofür würdest du dich entscheiden? Kann schon runterzählen. Nein, ich meine jetzt nicht die Lebenszeit, also einfach die 24 Stunden. Ja, aber das gehört ja zusammen. Nee, also müsste ich mich entscheiden, würde ich mich fürs Schreiben entscheiden. Okay. Wohl wissend, dass man davon nicht leben kann. Es sei denn, man hat irgendwie den Bestseller wie Harpe Kerkeling, ich bin da mal weg, der irgendwie wie blöd verkauft wird. Und wenn man einen guten Prozentsatz ausgehandelt hat im Vorfeld, dann kann man, glaube ich, ganz gut davon leben. Aber das ist aber dann doch eher selten. Das würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen. Eine gemeine Frage, aber ich liebe diese Frage zu stellen, weil ich weiß, es ist immer schwer, sich auch selbst zu analysieren. Bist du vom Grund naturell eher ein Menschenfreund, den Menschen sehr zugewandt oder gibt es in dir auch schon Misanthrop-Momente, dass man sagt, Mensch, eigentlich, ich mag Menschen, die in meinem Inner Circle sind, da liebe ich sie auch, da liebe ich auch den Austausch, aber hört mir auf, eigentlich nerven mich Menschen. Und ich frage das deswegen, weil ich eher, ich bin so einer. Auch wenn das eigentlich total konträr zu meinem Job geht. Das sagst du ja jetzt nur, damit ich so antworte. Nein, 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 du kannst auch gerne sagen, dass du alle Menschen umarmst. Aber es ist, glaube ich, eine große Ambivalenz auch bei vielen, die das auch nicht zugeben wollen, dass sie eigentlich schon auch manchmal Fremden mit Menschen und sagen müssen. Absolut, also ich bin, habe ich sicherlich auch häufiger schon mal gesagt, ich bin eigentlich sehr scheu. Was aber nicht heißt, dass ich Menschen nicht liebe. Nein, wie gesagt. Das ist eher so eine, ich weiß nicht, Soziophobie. Also man sagt es ja ungerne, aber eine der wenigen wirklich angenehmen Dinge während Corona war, dass man niemanden treffen musste. Das meine ich aber nicht, weil ich diejenigen, die ich treffen würde, nicht mag. Nein, nein, ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist tatsächlich mit meiner Verfassung manchmal anstrengend. Es strengt mich unglaublich an. Und das heißt nicht, dass Treffen nicht trotzdem toll sein können und man kommt raus und sagt, Mann, warum strengst du dich so an? Du hast so viel mitgenommen. Aber die Scheu, die Angst davor, die gibt es bei mir von Anfang an. Und ich glaube tatsächlich, dass die mit auch Schuld ist, dass ich auf die Bühne gegangen bin. Weil die Bühne ist ja ein geschützter Raum. Das heißt, du weißt tatsächlich jeden Tag, wen du da triffst, um welche Zeit, was der genau zu dir sagt. Also es ist extrem reglementiert. Es bringt dich niemand um. Tun alle nur so. Und du kriegst dafür auch noch Applaus. Niemand redet dazwischen, zumindest normalerweise nicht. Das ist eigentlich ein wahnsinnig gutes Bild für das, wie es mir geht. Ich bin zu scheu, um mich mit Menschen ganz normal zu unterhalten. Ich kann aber, ich weiß nicht, was Monologe auf der Bühne halten. Das ist auch wieder ein Beispiel für die Ambivalenz des Lebens. Genau. Wobei es eben gar nicht so ambivalent ist. Denn auf der Bühne tut dir niemand was. Stimmt. Mein Gott. Oder die verschiedenen Gesichter oder was für Facetten man eben auch von seiner Persönlichkeit preisgeben kann. Das finde ich auch immer wieder spannend. Was war im Rückblick die radikalste Entscheidung, die du in deinem Leben gefällt hast? Oh, wow. Wenn du überhaupt. Also es kann ja sein, dass du gar nicht das brauchtest. Weil also radikal ist natürlich auch dehnbar, der Begriff. Aber wo man sagt, Mensch, da war ich schon sehr mutig. Da bin ich tatsächlich einen Schritt gegangen. Also sagen wir mal so, wir können ja den Superlativ rausnehmen. Die prägnanteste Entscheidung. Ja, wenn es wirklich um meine Entscheidungen ging, dann war zum Beispiel eine wirklich prägnante Entscheidung für lange Zeit. Also es waren dann zehn Jahre, das Theater zu verlassen. Da war ich letztendlich, seitdem ich angefangen hatte zu studieren, habe ich ja auch tatsächlich neben mir am Theater bald gespielt, hier an der Schaubühne. Und dann habe ich irgendwann, keine Ahnung, 92 oder 93, ist mir das wirklich auf den Zeiger gegangen. Da hatte das Theater sich dann auch in einer Art und Weise begonnen, sich zu verändern, auf eine formale Ebene zu kommen, die wenig inhaltlich, wenig politisch, wenig gesellschaftspolitisch war. Und das hat mich alles plötzlich überhaupt nicht mehr interessiert. Wenn ich jetzt noch zehn Jahre irgendwie in der Maschine ein kleines Rädchen bin, oder auch ein größeres Rädchen, dann werde ich traurig. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lasse ich das jetzt. Damals im Übrigen wollte ich eigentlich, wie man sich das so denkt, wenn man so jung ist, wollte ich eigentlich nur noch schreiben. Okay. Also das war schon früher ein... Ja, ich hatte zwei Kinder und wollte nur noch schreiben, ich Idiot. Das ist, ich meine... Ja, aber was heißt Idiot? Also ich meine, das ist der Ruf deines Herzens. Das hört sich kitschig an, aber das ist genau... Ja, das ist richtig, aber ich konnte es natürlich nicht machen, weil ich hatte zwei kleine Kinder und musste Geld verdienen. Ja, aber das ist das, was da in dir dann auch schreit. Genau. Und du sagst, das ist das, was ich will. Also das wäre tatsächlich wahrscheinlich auch sozusagen eine gute Ausfahrt gewesen. Nur hätte ich dann zumindest ein sehr gutes Manuskript in der Tasche haben müssen, um zu sagen, okay, komm, dann lass uns gucken, dass es da weitergeht, denn sonst kriegt man natürlich auch das Feedback nicht. Und das wäre tatsächlich auch freier Fall dann gewesen. Also du hättest dann ja auch irgendwelchen anderen Jobs, also du hättest es ja gar nicht nur schreiben, das geht ja gar nicht, du musst ja Geld einspielen. Nein, 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 ich hätte dann eben irgendwas anderes machen, genau das habe ich ja gemacht. Ich habe angefangen zu drehen. Das war genau die Zeit, wo das dann sozusagen nahe lag und ich mir dachte, Mann, da verdient man aber viel Geld, denkt man ja dann immer, wenn man vom Theater kommt. Und da kann ich doch, weiß ich nicht was, wenn ich zwei Tage im Monat drehe, dann können wir davon leben und ich kann noch ein bisschen schreiben, habe ich ja genügend Zeit. Ja, zwei Tage im Monat drehen ist sehr lustig, das gibt es nicht. Also entweder dreht man viel oder man dreht gar nicht. Und wenn man das dann hoch- oder runterrechnet, dann bleibt so viel auch gar nicht mehr davon übrig. So und dann, also aber das, da haben wir angefangen, das zum Beispiel war, glaube ich, wirklich eine prägnante Entscheidung. Was macht die Angst? Die Angst läuft immer mit. Also es ist ein Gefühl, was man nie so ganz abschütteln kann. Ich nicht. Ich nicht. Ich kann, toll, 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 glaube ich, ganz gut damit umgehen mittlerweile. Ja. Also man hat ja so seine Kopien-Mekanessens. Klar, man hat, also jeder hat ja Urängste und ich frage das, weil ich immer von mir behaupte, dass ich natürlich auch Traumathass habe, auch aus der Kindheit und mich auch Ängste umtreiben. Trotzdem versuche relativ angstfrei, das heißt nicht irgendwie kopflos oder leichtsinnig, aber versuchen angstfrei durchs Leben zu gehen, weil das schon was Befreites ist. Aber man kommt da nicht immer aus seiner Haut. Aber ist das bei dir auch manchmal so eine Bestrebung oder sind das bei dir auch dann so die klassischen Ängste, die wir alle haben, auch, dass das irgendwie die Menschheit so blöd ist zu überleben oder sind das andere diffuse Ängste oder was meinst du mit die Ängste, die dich so umtreiben? Das ist eine riesige Angst davor zu scheitern. Das ist gar nicht diffus. Aber du bist ja, lieber Heiko, du bist jetzt so viele Jahrzehnte, wirst du ja nicht, also du kannst ja gar nicht mehr scheitern, wenn ich das mal als Hobby-Psychologe sagen darf. Darauf trinken wir jetzt einen Schluck Wasser, dass du da keine Angst mehr vor hast. Ich würde den Satz dann einfach nur in die Vergangenheit setzen, da gescheitert bin. Denn auch das weiß man ja nicht. Natürlich gibt es sehr, sehr, andere Menschen gehören dazu, Kommunikation gehört dazu. Ich habe riesige Angst davor, dass Kommunikation einbricht und Menschen nicht mehr mit mir reden, die ich liebe, weil ich mich selbst unter Umständen falsch verhalten habe. Da wären wir schon wieder beim Scheitern. Das gibt es ja nicht nur beruflich. Ich meine das auch nicht nur beruflich tatsächlich. Es gibt sehr viele schwarze Löcher, sicherlich sind einige durchaus auch diffus, fast vegetativ gegeben oder das gibt es schon. Aber was ich gelernt habe, ist, dass eine gewisse Art und Weise, sich das immer wieder vor Augen zu führen, also selbst die vegetative Entstehung schwarzer Löcher, jetzt kommen wir zu den guten Sätzen, jetzt wird es gut. Jetzt wird es Deep Talk, ja. Genau. Wenn man sich das immer wieder bewusst macht, wenn ich mir das immer wieder bewusst mache, dann bin ich den ersten Schritt, sagen wir mal, zumindest zum Rand des schwarzen Loches, dass da, wo es wieder ein bisschen heller wird, schon unterwegs. Und wie gesagt, das hatten wir ja schon mal, die Bewegung ist das Ziel. Eine Angst ist natürlich auch, dass wir irgendwann loslassen müssen, also dass älter werden, die Vergänglichkeit. Das ist eine Sache, mit der man sich ab einem gewissen Alter schon auseinandersetzen muss. Einige haben das Pech, dass die schon mit 30 Jahren vom Bus überrollt werden. Die haben gar nicht das Problem, das Luxusproblem. Aber wie geht das, was geht dann da im Kopf vor? Weil, also ich höre ja auch raus, du brennst ja auch für das, was du tust. Und man möchte ja am liebsten drei Leben haben, auch für die Kreativität und das auszuleben. Nun hast du ja schon immer kokettiert. Ach ja, und ich bin schon so alt. So alt bist du ja noch gar nicht. Aber was geht in dir vor mit dem Gedanken an die eigene, ja, also auch stärker werden, eine Verletzlichkeit, dass man natürlich auch immer Angst haben muss. Wieder das Thema Angst, dass man auch vielleicht dann doch mal eine Krankheit bekommt, die einen aus den Sockeln haut. Sehe ich bei dir jetzt nicht so die Gefahr, wenn deiner quickvergnügten Mama, die 92 ist, aber das Leben ist nicht planbar. Es kann schon da sein. Genau. Es kann schon da sein. Wie gehst du da mal, verdrängst du dieses Thema? Nein. Oder beschäftigst du dich damit ganz offensiv? Ich beschäftige mich momentan tatsächlich offensiv damit, weil meine Co-Autorin und Freundin Anne von Kanal vor einem Jahr gestorben ist. Ach Gott. An einer wirklich widerlichen Krankheit, die ALS heißt. Also ein ganz harter Einschlag für dich privat auch. Das war tatsächlich hart. Wir waren sehr gut befreundet und ich habe sie auch tatsächlich bis fast zum letzten Tag begleiten können. Ganz große Hochachtung, Heiko. Weil das finde ich, also ja, weil das ein Abenteuer war. Ja, weil es auch, also man, sorry, ich will da jetzt auch nicht das Wort finden, aber es berührt mich sehr, weil ich habe da Hochachtung vor. Ich weiß nicht, ich würde es auch gerne machen wollen, wenn es soweit kommt, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu hätte, weil ich glaube, viele scheitern daran, weil es so schmerzhaft ist. Ja, man scheitert auch tatsächlich jeden Moment daran, weil es ja eine Unauflösbarkeit gibt, weil es tatsächlich auf einen Punkt zugeht und der ist fast berechenbar. Das ist so die eine Sache, dass ich mich mit dem Nicht-mehr-Sein-an-sich und auch mit der Tatsache, dass das sehr schnell passieren kann, tatsächlich beschäftige seitdem und auch sehr konkret und sehr ausführlich. Das andere, was mich anbelangt, also was mich persönlich und körperlich und noch im Leben anbelangt, glaube ich, händlich wie die meisten. Ich mache Vorsorgeuntersuchungen, wann immer sie nötig sind. Ich versuche, soweit ich meine Sucht, Nikotinsucht, um das auch gleich klarzustellen, unterdrücken kann. Die Sucht, also du hast jetzt auch keine, es gibt ja diese Ersatz-Menthol-Zigaretten, die über das, wenn dann the real, real thing. Genau. Und ansonsten versucht man sich natürlich darauf vorzubereiten, indem einem langsam klar wird, oder andersrum, man kann es ja viel schöner sagen, den Tod gibt es ja nicht, den Tod gibt es ja nur, weil es ein Leben gab. Der Tod an sich ist, den gibt es nicht. Der Tod ist nur das Ende dessen, was es gibt. Das stimmt, ja. Also sollte man sich doch gefährlichst um das kümmern, was es gibt. Auf das konzentrieren, ja. Schöne Perspektive habe ich so noch nie getragen. Das ist leider nicht von mir, sondern von Ludwig Wittgenstein. Aber sehr, sehr schön. Aber ich habe es jetzt, ich habe es ein bisschen in eigenen Worten versucht zu verpacken. Genau. Das ist aber tatsächlich etwas, was ich auch, denn auch das ist ja eine riesige Angst. Und natürlich habe ich Angst davor, dass ich irgendwann hinfällig werde. Ein Pflegefall, hilflos sein. Dass ich ein Pflegefall werde. Ja, dass ich noch nicht mal das Geld habe, mir ein ordentliches Heim zu leisten. Ich meine, alle diese Gedanken und Ängste gibt es natürlich. Auch Angst vor Einsamkeit, wobei manchmal ist hier selbstgewählt, muss man sagen. Es gibt Menschen, die brauchen keine Ahnung, die sind selbstgewählt einsam, aber einige sind es ja nicht freilich. Ja, oder es gibt aber auch Menschen, die denken ihr ganzes Leben lang, sie bräuchten niemanden. Und dann? Und dann haben sie niemanden und sind wahnsinnig schlecht gelaunt. Karma ist a bitch, kann man auch sagen. Ja, das ist auch ein schöner Satz. Ich kenne tatsächlich einige ältere Herrschaften, die immer behauptet haben, sie bräuchten keine Kinder und sie bräuchten keine Kollegen oder was weiß ich was. und die ganz schön schlecht gelaunt sind jetzt, weil sie nämlich auch niemanden haben. Gibt es ein Talent? Du hast ja viele Talente, dass du aus irgendwelchen Gründen auch immer verkümmern lassen musstest. Irgendwas, was wir noch nicht wussten, was Heiko Deutschmann, außer den vielen tollen Dingen, von denen er schon gesprochen hat, auch noch kann. Oder ist das, ich meine, eigentlich ist es eine blöde Frage, weil du hast ja schon unglaublich viele Sachen. Also einige haben ja nicht ansatzweise so ein... Ja, aber das sind ja alle Sachen, die letztendlich aus einer Ecke kommen. Ja, das stimmt. Du hast jetzt kein Jodel-Diplom und bist kein Atomphysiker, aber... Ich würde auch, also... Nee, wenn dann kämen es aus einer ähnlichen Ecke, das sind dann aber andere Interessen. Also ich hätte zum Beispiel, wäre ich nicht Schauspieler geworden, hätte das nicht geklappt, weil ich habe das relativ blauäugig angestellt. Ich habe mich an einer Schule beworben und bin da genommen worden. Hätte ja auch sein können, dass die sagen, spinnst du, mach was ordentliches. Dann wäre ich vielleicht Architekt geworden. Das ist also Dinge wie Form und Inhalt und der Zusammenhang der beiden interessiert mich sehr. Das ist jetzt aber keine Ahnung, ob ich da Talent habe oder nicht. Es geht mehr darum, das wäre ein Interesse. Du hast da noch eine Sache, die dich begeistert, die dich interessiert. Und es ist sicherlich ein guter Arzt an mir verloren gegangen. Das würde mein Vater jetzt gerne hören, dass ich es einmal zugebe. Ja, aber wie kommst du zu, also das sagst du jetzt, weil du glaubst, dass... Ich glaube, dass das Wichtigste bei Ärzten, so wie ich das beobachte, bei sehr vielen Menschen, vor allem als Negativbeispiel, die Nähe zu Menschen ist. Ja, ganz wichtig. So blöd das klingt, die Nähe auch zu dem Leid, das sie erfahren. Und ich glaube, dass man mit dieser... Empathie, die viele nicht haben. Dass man mit dieser Nähe tatsächlich sehr große Kräfte anstoßen kann. Also mein Vater konnte das. Und ich glaube, ich habe ein Stückchen von dem mitbekommen und hätte, wenn ich klug genug gewesen wäre, das zu studieren, was ich wahrscheinlich nicht gewesen wäre. Weil 200.000 Muskeln auswendig lernen, ist schon eine harte Angelegenheit. Und wenn man danach dann immer noch ein guter Mensch sein will, wird es noch schwieriger. Ich verstehe das alles. Ich hatte auch, also ich habe es auch tatsächlich nie überlegt. Ich wusste, meine Eltern sind Ärzte, das mache ich nicht, weil dann gibt es ja nur Neuärzte am Tisch, das ist ja furchtbar. Ich finde aber das sehr gut, dass du das sagst, weil es gibt sicherlich brillante Ärzte, die aber Fachidioten sind. Die einfach das, was, also sie können, mit der Anatomie sind sie Götter, aber sie haben das nicht das kleine Eimer an. Sie sind kalt wie ein Stein und haben überhaupt gar keine Empathie. Und die machen mehr kaputt letztendlich, als sie gut machen können. Ja, aber da gibt es, glaube ich, mehr als einem Liebes. Ja, deswegen meine ich, das sind, also ein Negativbeispiel dessen ist tatsächlich weiter verbreitet. Stimmt. Wie häufig. Wann hast du zuletzt etwas zum allerersten Mal getan? Weil das wird ja im Alter auch ein bisschen schwieriger, obwohl es eigentlich nicht schwierig sein dürfte. Es gibt so viele Dinge, die man ausprobieren kann. Die man auch nicht gemacht hat. Ja, die man, also vielleicht will man auch gewisse Dinge gar nie machen, weil man keinen Bock hat auf einen Bungee-Jumping-Sprung oder einen Fallschirmsprung. Das meine ich gar nicht, aber das frage ich deswegen, weil ich mich auch manchmal auch dazu zwingen möchte, mal neue Dinge auszuprobieren. Und das rostet es dann ja leider doch ein bisschen ein. Du bist in deiner Komfortzone, machst das, was du gut findest. Du fährst auch da hin, wo du es gut findest. Zumindest geht es mir so. Also man ist nicht mehr so abenteuer- und dann entdeckungslustig. Wann hast du zum letzten Mal, was zum allerersten Mal gemacht? Das ist echt eine gute Frage. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr, als wir Wheel of Time gedreht haben, das erste Mal ernsthaft reiten gelernt. Ja, gucken mal. Das ist doch ein tolles Beispiel, ne? Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde die Viecher immer noch irrsinnig groß und die Augen noch größer. Es ist nicht meins. Also du bist jetzt, das war nicht Low-Wert-First-Side. Du hast jetzt nicht irgendwie am Ponyhof dich einen. Nein, garantiert nicht. Ich finde es auch wahnsinnig schöne Tiere, wenn sie weit wegstehen. Echt wahnsinnig schöne Silhouetten. Tolle. Aber es ist nicht meins. Meins, es gibt ja so wahnsinnig viele Menschen, die schmelzen dahin, wenn sie so einen Gaul sehen. Gehöre ich nicht dazu. Okay. Aber du hast es gemein? Ja, es war auch ein netter. Du konntest es auch, du hast es hinbekommen. Ja, aber ich habe mich, glaube ich, gar nicht so doof angestellt. Ich hatte jetzt auch keine Angst dann, dass sie mir was tun. Nun sind das ja alles sehr freundliche Pferde, die noch nicht mal scheuen, wenn daneben irgendwie eine Sprengladung hochgeht. Ausgebildete für Set und so. Ja, natürlich. Also die bedenken sich wahrscheinlich auch immer, mein Gott, es gibt nichts Dümmeres als Schauspieler. Und sie haben so große Augen. Ja, genau. Also die denken wahrscheinlich das Gleiche von uns, wie ich von ihnen denke. Ehrlich, aber ist doch ein tolles Beispiel. Das zum Beispiel. Ja, sehr schön. Womit belohnst du dich selbst, wenn du sagst, das habe ich mir jetzt verdient? Außer der Zigarette. Das ist ja so eine Guilty Pleasure-Geschichte. Boah, das ist sowas von unterschiedlich. Aber ich habe gelernt, überhaupt mich zu belohnen. Also ich kann mir, weiß ich nicht, ich kann, wenn es eine schöne Hose gibt, gerade, die ich mir sonst nicht kaufen würde, dann tue ich das und sage, das darfst du jetzt auch mal tun. Schön. Das war lange Zeit nicht so. Also lange Zeit habe ich mir gedacht, wieso sollst du dir jetzt eine Hose für so was weiß ich was viel Geld kaufen. Ja, aber einfach so eine Hose als Beispiel. Also eine Lustkauf. Irgendwas Schönes, was Schönes, so schöne Dinge des Lebens sich mal gönnen. Oder eben tatsächlich, wenn was geklappt hat, zu sagen, so und dafür darf ich jetzt aber auch wirklich das machen, was ich besonders gerne mache. In dem Fall eben das Schreiben, darf mich zurückziehen, darf irgendwie längere Zeit, muss ich mich um gar nichts anderes mehr kümmern und darf mich wirklich damit beschäftigen, möchte mich damit beschäftigen. Auch das kann durchaus, zweischneidiges Schwert, aber es kann auch eine Belohnung sein. Und was ist deine größte Marotte, die du uns hier und heute verraten möchtest? Manchmal hat man ja auch Marotten, die man lieber nicht an die Öffentlichkeit rausposaunt, weil man ist ein bisschen so mhm. Naja, ich glaube, ich bin der spießigste Ordnungsliebhaber, den es gibt. Also bei dir muss alles am Platz sein. Am Platz ist lächerlich, es muss im Viereck stehen, es muss, und zwar muss es eigentlich ein Quadrat sein. Stimmig sein. Ja, natürlich. Und es ist eine Ästhet. Ja, das ist jetzt eine sehr freundliche Beschreibung eines spießigen, weiß ich auch nicht. Also deine Frau hat manchmal, hat sich daran gewöhnt, die ist auch so, weil das ist ja manchmal dann so Konfliktpotenzial, wenn man alles am Platz und alles muss perfekt irgendwie sein. Ja, also meine Frau darf das, weil ich sie abgeltisch liebe. Bei anderen fällt es mir schon auf, wenn sich jemand in einen Stuhl setzt und der Stuhl verrutscht. Oha, oh Gott, sitze ich denn jetzt hier einigermaßen? Das ist ja nicht mein Studio hier. Das ist ja nicht Präber, genau. Also du wirst alles sowieso anders machen. Nein, aber das ist tatsächlich bei mir zu Hause. Ja, und ich bin mir nicht so blöd, wenn der oder die raus ist, hinzugehen, den Stuhl wieder hinzugucken. Aber das ist meine Frau Lachkrämpfe. Die Kinder verarschen mich ohne Ende dafür, und zwar zu Recht. Ja, aber du bist ja eine Marotte. Es ist eine wirkliche Marotte. Jeder hat Marotten. Und ich finde das, deswegen frage ich ja, und ich könnte dir jetzt auch Geschichten erzählen. Ja, ja, genau. Ehrlich. Die finalen drei Fragen, lieber Heiko. Was ist für dich, wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, da eine der wichtigsten Essenzen, dass du heute sagen kannst, trotz aller Höhen oder eben auch Tiefen und aller Herausforderungen bin ich zufrieden. Und es war eine schöne Zeit, es war eine schöne Lebensstrecke, die ich bisher zurücklegte. Was war da für dich essentiell, wenn du zurückblickst? Was waren die wichtigen Schrauben, sagen wir mal, etwas technokratisch, die du drehen musstest, dass du das heute sagen kannst? Ja, es schnurrt. Ich bin zufrieden. Nicht immer, wie gesagt. Das Leben ist nicht immer. Ich glaube, dass tatsächlich die Basis dafür, dass ich das ab und an sagen kann, die Existenz meiner Kinder ist. Das ist für mich das größte Wunder, der größte Auftrag und die größte Freude. Braucht man gar nicht mehr zu sagen, finde ich. Das steht für sich. Du hast schon ein wunderbares Credo genannt, ich glaube sogar mehrere, aber ich möchte dich trotzdem fragen, weil ich bin ein Kalenderblatt-Spruch-Fan irgendwie und ich finde es immer spannend von Prominenten auch zu hören, was sie für Sätze auch immer mal in ihrem Kopf rumspuken haben, wenn es um Lebenskredos, Lebensmottos geht. Das würdest du jetzt spontan nochmal raushauen. Gerne auch von mir aus. Das, was du schon gesagt hast, weil das waren schon tolle Sachen. Ja, ich habe das schon wieder vergessen, was ich gesagt habe, wahnsinnig vergesslich, wie gesagt. Ja, nein, reden, 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 Kommunikation. Ich glaube, dass das Miteinanderreden, dass auch Gespräche von mir aus in die Grütze laufen zu lassen, aber sie immer wieder zu versuchen, sich auszutauschen, sich zu öffnen, letztendlich das Wichtigste überhaupt ist. Und das siehst du mit etwas Sorgen, dass es weniger wird, dass die Menschen sich mehr vergraben, aufgrund der ganzen Modern Technology, Digitalisierung, alle, du brauchst nur in der U-Bahn gucken, alle sind, ich lade inklusive, das ist eine Sucht, man zieht es raus, guckt und checkt Mails und alle glotzen nur noch auf die Welt. Aber das hat, finde ich, nicht nur zu tun mit der Digitalisierung, das hat zu tun damit, dass wir sehr merkwürdige Ansprüche, glaube ich, haben an uns selbst in einem Leben oder an das Leben, wenn wir uns in ihm bewegen sollen. Natürlich kann man an allen Ecken und Enden sehen, dass Solidarität einen bricht, dass Empathie einen bricht, dass Mitmenschlichkeit einen bricht, dass Barmherzigkeit einen bricht, alles wahnsinnige Begriffe. Meines Gleisens sind große Fässer, aber ich weiß genau, was du meinst. Auch Zivilcourage wird immer schwieriger. Ganz viele Baustellen. Und da glaube ich, dass die ehrliche Kommunikation, die ehrliche Kommunikation das Einzige ist, was man dagegen setzen kann, was man aber auch muss. Ja, aber ist natürlich auch ein wichtiges Thema, aber eben auch lernen, dass man auch Widerspruch aushalten muss, dass man Meinung anderer aushalten muss. Also es kann dann auch sein, dass es mal eskaliert, aber das stört mich so an der heutigen Zeit, dass es so eine Absolution immer gibt, immer so einen Anspruch auf, ich habe jetzt die Wahrheit gepachtet und ich weiß genau, wie es geht und der anderen sind alle blöd und das finde ich schwierig. Das müssen wir auch wieder lernen. Das ist auch keine Kommunikation. Nee, nee, aber du weißt, das hat sich aber leider tatsächlich so als Blöcke, dieses Lager und Spaltung, finde ich auch ein ganz großes Problem. Welchen guten Rat würdest du dem 18-jährigen Heiko mit auf den Weg geben? Lass dir von dem keinen Rat geben, würde ich ihm sagen. Weil du einfach deine eigenen, du musst auf die Nase fallen, du musst einfach deinen Weg so gehen und klarer Ansage, lieber Heiko. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg für Wendehammer und das Rat der Zeit und für die vielen neuen Projekte, die kommen. Wir freuen uns auf viele Bücher von dir, auf Hörbücher, Hörspielproduktionen. Danke, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mahlzeit, vielen Dank, das war sehr schön. Sehr angenehm. Ich gehe ja prinzipiell immer davon aus, dass ich eh gar nichts zu sagen habe. Geht doch hier so, bitte. Nein, aber es war, wie gesagt. Ich versuche ja auch immer, manchmal denke ich auch, ja, vielleicht ist das ein bisschen gut, was du sagst. Nee, wieso? Das ist total schön. Wenn man auch mal nachdenken muss. Ja, aber das ist ja auch wunderbar. Ich will, hat auch die Frage natürlich von Makatschi gefragt. Ja. Familie und der Verrücke und so. Das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Eben, sonst ist es ja nur ernst. Ja, alles gut. Ich stehe da unten ganz in Ruhe in der, wie heißt das Ding, in der Tee-Garage. Ach, du stehst in der Tee-Garage, das ist nicht wahnsinnig teuer. Ich glaube nicht. Also wenn das keiner anbietet. Ach was. Ich glaube, das wird mich nicht... Nein, das ist schon klar. Wie willst du denn das Foto haben? Am Tisch oder? Am Tisch. Okay, gut, dann bleibe ich gleich hier. Ich glaube, du würdest du lieber machen, mach doch mal aus. Ich glaube, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja auch sicherlich. Oder vielleicht mir halt.